Der E-Mailo-Abschnitt bereits eine Festzeit aufgestellt hat und schauen wir, ob er das wieder weiter beschädigen kann. Ein 30. Rückstand, 35 hunderte Sekunden Rückstand auf Max Rauper. Er hat 35 Centesimi die Sekunde, Christian Giedino. Giedina, der mit Klammer hat, um die 5. Vittoria, wenn er verletzt wird, muss er in Klinzi gehen, wenn er gelatet wird. A Beneficio della Klammer Frontez, eccolo, all'intertempo, le Goppe. 62 Centesimi in ritardo, ancora sempre misurati, su Max Rauper, Christian Giedino, der mit Korsche, a Pennello, in Ciosnac, e quindi sabrà a Pennellare bellissimo le Kurve. Und er hat recht gehabt, denn sie haben ihm ausgeraubt, sein Auto eingebrochen. Die Skischuhe wurde ihm entzündet und auch hier, wenn er trinke, musste er kurz nach Österreich fahren, um sich einen neuen Innenschuh fassen zu lassen. Jetzt, Achtung auf die Zwischzeit, hat er aufgeholt, oder nicht? Und er hatenko, was er in Klammer ist, was er noch nicht mehr, ist, um die Sekunde zu machen. Christian Giedina, der jetzt von Klammer, will er den Maschinen auf dem Klammer ein. Was er nur in Klammer in Klammer, zog ich auch ein Echt! Hier sind die einzige Klammer, der Klammer ist, ist er Klammer von der Regel! Christian Giedina, ist er frei! Oh! He's lucky he's alive, he's lucky he's alive. I need the fucking thing to do in the sand. He's looking for Lexic Games. Maybe if someone can accompany him. He finds a network in Zilhan. He's smiling. In this summer, he's eating the gelato in care. And we'll enjoy it when Cristiano has an ice cream. And Max Raufer, you always have the heart at the right place. Oh boy! Oh boy! He's working for Tron. Yeah, I'm looking for one of these. Hey, where does the ring come from? Oh, thanks, Paul. But there's a start of the stop and there's a regular difference. Das redet jetzt ein bisschen angeschickt, aber es wird nicht passiert. Und für den Verschabschieden, unsere Reden mit einem großen Applaus, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, die Woden-Fans erleben heute etwas und wir erleben ein super Rennen. Max Raufer, immer noch in Führung vor Jürgen Grünenfelder aus der Schweiz. Wohne wieder, derzeit nach der Stelle, Kurken Kiesler gewinnt.